Richtig fit heute hier. Richtig gut ausgeschlafen. Wir sind hier am größten Flughafen in Deutschland. Clemens, die mucken uns schon an. Der eine hatte dann einfach eine Waffe dabei. Die erste Mischhurt um 7 Uhr war uns getrunken. Wie fett ist aber eigentlich dieser Ochs? Guck mal, wie weit der rausgeht. Neue COD-Map gelegt mit Ryanair als Werbepapa. Fazit zum Flughafen? Der beste Flughafen, wenn man sich umbringen will. Da findest du unsere Transportmöglichkeiten vom Flughafen in Barcelona. Fahrt länger mit dem Bus, als wir geflogen sind. Und es ist auch teurer. Sind wir in der richtigen Bahn? Man weiß nicht. Nur Gott weiß nicht. Und der? Der weiß auch. Unglaublich. Keine Ahnung, wo wir sie hier sind, man. Auf jeden Fall nicht in Deutschland. Würde ich sagen, wie es hier aussieht. Wie viel Grad ist das in Deutschland? 17. Hier sind wir auch ins Flugzeug eingestiegen. Das Wasser stand mir bis zum Knöchel, man. Auf der Bahn da, auf dieser Flugbahn. Da ist flach, man. Und es steht bis zum Knöchel. Und jetzt steht da das Wasser bis zum Knöchel. Hi. Es geht. Herzlich Willkommen in Premiere des Dalles. Wichtige Fänger mit Blümchenmusik. Was ist denn das für ein Verhältnis da hinten? Man sieht aus wie Fanta. Ich muss auch Regeln erklären. Bei Aufschlagfehler ist direkt ein Punkt. Der erste Aufschlag jetzt. Das nicht machen einfach. Ja, das auch. Das ist auch gespackt, wenn man das verkackt. Schon ein Stier, wenn man das verkackt. Schon gespackt dann. Also erster Drohnen-Shot. Ja, Drohnen-Pilot. Guck mal, das ist eine schöne Aufnahme. Wow. Wow. Wie es hier aussieht und was Edgar für krasse Ausnahme daraus geschaffen hat. Ich weiß nicht, wie das ist. Pass auf, Björn. Ihr möchtet es nicht lernen, wenn es zu knapp wird. Oh mein Gott. Füllst du? Füllst du? Füllst du in Richtung? Füllst du in Richtung? Wie geil, Mann. Oh mein Gott. Du musst richtig gut führen. Das ist richtig gut. Ah, Hilfe. Nein, nein, nein. Füllst du auf. 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 Ich mach die Drohne hier. Nein, emergency, emergency. Es klappt wieder, es klappt wieder, obwohl es ihnen zuhause gefallen ist. Hey Jungs, wir sind heute in Barcelona, heute ist Barcelona Tour. Da haben wir Wünsche essen, Kölnchen. Zu süß. Deswegen hab ich die Drohne schon weggebauchten. Wer hat da reingeschissen? Julian. Ich ess jetzt einfach scheinbar an. Hält ja gar nicht schön. Ich werde davon fünf fressen. Das ist auch nicht safe. Ja, ja, ja. Doch, doch. Nee, nee, nee. Zweiter Gang, zweiter Gang. Wie fühlst du dich? Schon angekriegt. Nee, nee, nee. Da muss doch immer noch mal ran. Ich habe eine Delikatesse, blöd. Alter, ich habe eine Delikatesse. Nutschot, die sehe ich aber noch gut was an Saft. Ja, weil ich da nicht rein weiß. Hält der Bengel im Kinderzimmer einfach keine Ordnung. Darf er sich auch nicht wundern, wenn er ständig irgendein... A. Kaufrausch. B. Waschzwang. C. Spielsucht. D. Alkoholabhängigkeit. Cochinella septum.tata. Und Propelea quadrodecim.tata. Sind A. Marienkäfer. B. Gottesanbeterin. C. Teufelsrochi. D. Kirchenmäuse. Das ist eine sehr gute Frage für meinen Telefonjong. Wer war Ihr erstes Telefonjong? Geben Sie mal Insights. Er hat mit mir studiert. Er ist echt ein schlauer Fuchs. Ich habe das Gefühl, ich kann ihm die Frage auch nicht so richtig gut vorlesen. Hi Al. Was geht? Also ich bin gerade quasi bei Wer wird Millionär? Und ich habe dich als Telefonjoker ausgewählt. Die Frage ist eigentlich nicht so nice für Telefonjoker geeignet. Du musst genau zuhören. Cochinella septum.tata. Und Propelea quadrodecim.tata. Sind A. Marienkäfer. B. Gottesanbeterin. C. Teufelsrochen. D. Kirchenmäuse. D. Kirchenmäuse. Cochinella septum.tata heißt die eine Rasse. Und Propelea quadrodecim.tata heißt die zweite Rasse. Marienkäfer. Gottesanbeter. Teufelsrochen. Auflegen. 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 Wenn es richtig ist, dann war ich besser als Edgar. Wenn es falsch ist, war ich genauso wie Edgar. Es sind Marienkäfer. Oh mein Gott. Das ist Marienkäfer. Oh mein Gott. Das ist Marienkäfer. Auflegen. Die Hügel. Oh mein Gott. Das ist Marienkäfer. Alles in Böder. D. Kirchen. Los Jungs, los Jungs, los Jungs, los Jungs! Die Kellnerin sagt es geht nicht, meiner Meinung nach geht es, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Champions League Finale 2020, das Lied! Dieses Behaviour ist nicht erlaubt. Was für ein Behaviour, ihr dürft keine lose auf den scharfen liebenden Klötz und drehen. Ja, ja, ja. Ich bin der Beste, das ist klar. Ich werde rich und das ist wahr. Ich werde so hoch hier erreichen. Dieses Behaviour ist nicht erlaubt. Dieses Behaviour ist nicht erlaubt. Ich hab sie! Sieht noch gut aus. Neue Drohne. Ich habe keine Ahnung. Das geht mir mal! das ist der sinn des lebens was dann zum kacken bringen heute der perfekte abschluss im ja 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 ja